Einen Versuch machen wir noch. Wir nehmen eine ganz normale Glühlampe, schließe sie nirgends an, lege sie nur da hinein. Schauen, was passiert. Wir sehen, dass die Glühlampe immer wieder leicht aufleuchtet. Die Mikrowelle bringt das Gas, das in der Glühlampe enthalten ist, zum Leuchten. Und die Rolle nochmals. Da haben wir es jetzt ganz kurz noch sogar nachglühen gesehen.